So, nach den 160 nehm ich euch mal mit. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Fertig, auf den Top. Uuuuuchhhhhh Mach doch mal so ein blöder, mein Gott Ich muss immer auf Spiele warten, mein Komm, mach wenigstens einmal auf, Mann Ich muss immer auf, Mann Ich muss immer auf, Mann Also nochmal! Mach doch ein Öer. Oben in der Ecke ein Teufel wäre super gewesen. Maximal bis 150, wenn er da rein bekommen würde, wäre super. Ich kann ja nicht so viel labern Leute, ich bin alleine hier. Ich lasse hier auf jeden Fall durchlaufen, da macht er hier was oder soll hier fressen. Ich glaube, wenn er einmal rein geht, geht er permanent hintereinander. Ach, verpiss dich. Wieder einen drüber. Man weiß halt, so Automaten sind nicht mehr da, weil Zimmer waren. Was ist das Problem? Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal alles zusammenrechnet, hat er hier schon einen Durchlauf gehabt. Aber ich glaube, der kommt jetzt. Oh, okay. 100 euro angefangen in dem sinne weg das ist ja noch mal 220 euro bild noch mal 40, wie hieß das? noch mal 60 ich muss da jetzt reinkommen oh Leute, ich muss da mal kurz rüber buchen, er geht mir auf den Sack komm doch jetzt mal rein, ey meine wilde, was hat der vor hier? schöne bilder gegeben zum halten, zum spielen ich bin jetzt einfach noch mal die spiele hier oder der rasiert komplett runter, geht auf die letzten, weiß ich nicht, 20 euro rein, ey, so n kack, ey da ist safe spiele, da sind so viele anzeichen gemacht, wo safe spiele gekommen wären aber wahrscheinlich auch im anderen Fach 2 euro zu teuer aber alles andere macht mir auch keinen spaß mehr ich bin schon wirklich sehr automatentechnisch, weil der 40, 15, 16 geklimper, da kommt ja auch nix mehr nee avaş du Will du 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 Das war's für heute. Schade bis hierhin, aber auch irgendwo dreist, wenn sich die ganzen Gewinne mal zusammenrechnet, die ganzen Umdrehungen. Ist das schon recht asozial, muss man sagen, wie es ist. 60€ Hoffnung gewinnen hier. Ok. So... Komm Junge, brechst doch einmal den Bann jetzt hier, mein Gott. Lass es euch gesagt sein, ich zeig euch, wenn ihr einmal reingeht, geht ihr ein paar Mal am Stück. Man, nur mir das. Oh, die berühmten 20 Mäuse. Ich muss kurz stoppen, weil Personal hier vorbeigegangen ist. Unglaublich, ja. Naja, das war der Satz mit X hier und zwar gar nichts, ekelhaft, aber ja gut, was willst du machen? Das ist total. So, einmal rüber buchen, einmal, ach komm, mein Gott, ich schaff da nicht mal sowas. Haut rein, Mann.